Diese Reaktoren verbrauchen das, was wir an Plutonium herstellen pro Minute. Ziemlich cool, weil so im Grunde eigentlich nichts verschwendet wird. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Meine lieben Freunde, wir sind an der Lokation der Quarzverarbeitungsanlage, die wir am Ende der letzten Episode schon besucht haben. Und ich wollte jetzt mal den aktuellen Stand der Rückbaumaßnahmen zeigen. Genauer gesagt, es ist ja eigentlich nur eine anlagentechnische Reduktion, die wir hier machen. Eine Reduktion der Anzahl der Anlagen und gar nicht so sehr jetzt ein Rückbau in dem Sinne. Wir haben jetzt hier mal die Hälfte oder gut die Hälfte der Anlagen, die hier standen, inklusive auch dem Boden. Hier sind auch ein paar Überreste in Form von Kisten übrig geblieben. Die haben wir jetzt hier mal entfernt. Wir haben die Produktionsmenge aber mehr oder weniger gleich gelassen. Wie haben wir das gemacht? Wir haben einfach übertaktet. Wir haben Anlagen übertaktet, Charts reingestopft. Diese Anlagen hier, die jetzt hier noch stehen, sind alle übertaktet auf drei Charts. Und damit haben wir auch hier jetzt einen Output, der immer noch dem entspricht, was vorher da stand. Bei weniger als die Hälfte der Anlagen tatsächlich. Ich glaube, wir haben mehr abgerissen, als wir stehen gelassen haben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl. Wir haben ein bisschen rumgetingelt. Ich habe ein bisschen rumgerechnet auch. Ein bisschen mehr die Zahlen angeguckt und habe mir gesagt, okay, dann können wir bis hierhin halt abreißen. Die hier lassen wir stehen. Die werden voll übertaktet und dann müsste das immer noch passen, genau. Warum machen wir das? Für alle, die das jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ich habe auch schon ganz viele Episoden zu dem Thema gemacht. Wenn man einen großen Spielstand hat, so wie ich, wo ganz viel gebaut ist, ganz viele Anlagen rumstehen, die vielleicht produzieren oder nicht produzieren, dann hat man das Problem, dass irgendwann die Grenze erreicht ist des Möglichen in der Unreal Engine. Das Ganze nennt sich U-Objekt-Limit. Und das habe ich jetzt erreicht und deswegen muss ich ein paar Dinge einfach, ja, in der Anzahl reduzieren. Gebäude abreißen möchte ich idealerweise nicht machen. Auch wenn das etwas ist, das man da machen kann. Das macht momentan nicht so viel Sinn, weil die Gebäudeteile werden in der 1.0, für die wir das ja hier auch machen unter anderem, die werden in der 1.0 weniger U-Objekte benötigen. Das heißt, das reduziert sich von alleine. Was ich reduzieren kann und was auch mehr U-Objekte wieder frei macht, ist das Abreißen von Anlagen, die nicht gebraucht werden. Beziehungsweise übertakten und dann reduzieren. Das verbraucht zwar mehr Strom, wenn wir übertakten. Das heißt, wir haben einen höheren Strombedarf für die Anlagen, die noch stehen. Aber die Menge der Produktion bleibt gleich, bei reduzierter U-Objektmenge. Das hat auch jemand geschrieben schon in den Kommentaren, dass er das bei sich auch schon so machen musste, weil er hat noch krassere Anlagen mit noch mehr produzierenden Anlagen. Also er hat weniger Gebäude gebaut irgendwie, drumherum um die Anlagen, so wie ich hier. Aber er hat mehr Anlagen, die was produzieren. Und dann hat er das auch schon so machen müssen, weil einfach das Spiel instabil wurde ab einem bestimmten Punkt dann, dass er einfach übertaktet hat und dann einfach weniger Anlagen auf seiner Map stehen hat dadurch. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir in Suchtis Factory reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die mal am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt sehr gerne in die Kommentare schreiben, wir das findet, dass wir das hier machen. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die PA-Nachrichtung aktivieren. Damit ihr kein Video mehr verpasst, dann ist kommen täglich Videos nicht nur zu Suchtis Factory, sondern auch zu anderen Projekten. Ihr wollt natürlich mitbekommen, wenn es soweit ist, dass die 1.0 hier auf dem Kanal mit Videos entsprechend versorgt wird. Und deswegen seid auf jeden Fall mit einem Abo dabei, dann könnt ihr das nicht verpassen. Wenn euch YouTube benachrichtigt, dann ich hoffe, YouTube wird euch benachrichtigen. Ich hoffe es. Genau. Ne, wir haben das jetzt mal hier gemacht und das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Wir haben auch hier hinten mal eine neue Anlage gebaut, wo wir die Konstruktoren, die momentan hier den Quarz produziert hatten, ersetzt haben durch Raffinerien. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gerallert. Ich habe hier die Raffinerien, die Schornsteine in die Zugstrecke gebaut. Das ist ein bisschen dämlich gewesen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass oben die Zugstrecke ist. Aber egal, so ist es halt. Die sind auch übertaktet, die Dinger. Und sollten eigentlich die Produktion des Quarzes in ausreichender Menge übernehmen an der Stelle. Da wurde eh nicht so viel verbraucht. Aber kann ja sein, dass wir dann in der 1.0 mehr Quarz brauchen, auch von hier, von der Stelle, von der Location. Und dann hat man das gleich. Genau. Warum kommt hier eigentlich nichts raus? Ah, weil hier kein Wasser am Start ist. Warum ist hier kein Wasser am Start? Kann das sein? Das ist mir schon aufgefallen. Also an der einen oder anderen Stelle, wenn ich Raffinerien angeschlossen hatte, das hatte ich bei meinem Neubau, bei meinem Hub in der Nähe, da hatte ich ja auch Raffinerien statt Konstruktoren und Schmelzen aufgebaut. Und da ist es mir schon aufgefallen, dass manchmal die Rohre sich nicht richtig verbinden. Was aus den neuesten Videos von Coffee Stain auch hervorging, unter anderem, ist ja, dass Plutoniummüll jetzt verarbeitet werden kann. Und wir werden jetzt mal folgendes tun. Wir werden jetzt mal unsere Plutonium-Verarbeitungs-Pipeline, sage ich jetzt mal, unsere Verarbeitungslinie für Plutonium, werden wir jetzt mal untersuchen. Wir werden jetzt zum Czerno-AKW gehen, werden uns mal angucken, wie viel da eigentlich produziert wird. Und dann gehen wir mal unter die Karte und gucken mal, wie viel Plutoniummüll da jetzt schon ist. Also das Czerno-AKW, das ist ja da hinten, der Schornstein ist ja von hier zu sehen, das bekommt seine Plutoniumstäbe aus dem Mega-AKW, was sich hinter dem Gebäude, hinter dem Weltraumliftgebäude in dieser Senke befindet. Also mein erstes AKW eigentlich, was wir gebaut haben, mein erster Komplex. Da wird ja ein Teil des Atommülls direkt zu Plutoniumstäben schon verarbeitet, in dem AKW selber. Das hatte ich ja neulich auch umgebaut nochmal. Das habt ihr auch schon gesehen, da habe ich auch eine Episode dazu gemacht. Das habe ich nochmal ordentlich aufgebaut. Da laufen Plutoniumstäbe vom Band. Das sind nicht viele. Zwei oder drei Anlagen, die Plutoniumstäbe raushauen. Genau, die werden hier reingeliefert mit Drohnen zum Czerno-AKW. Das Czerno-AKW hatte ich ja schon entkernt. Hier haben wir das Plutonium, den Plutoniummüll. Der wird dann hier rausgegeben. Für alle, die das jetzt vergessen haben sollten oder das nicht wissen, dass ich das produziere. Weil es wird ja essentiell sein, in der 1.0 Plutoniummüll zu haben, weil man ja ansonsten bestimmte Sachen nicht machen könnte. Und dazu brauchen wir natürlich jetzt schon Plutoniummüll. Das Gute ist, meine lieben Freunde, dadurch, dass dieser Prozess mit den Drohnen, die Drohnen fliegen dem Plutoniummüll dann ins Endlager, das sich unter der Map befindet. Dadurch, dass wir das schon sehr, sehr lange machen, dieses AKW Czerno, mit ein paar Pausen zwischendrin, lief das eigentlich mehr oder weniger immer durch. Es gab ab und zu mal so Engpässe, wo mein Mega-AKW mal nicht genug Plutoniumstäbe produziert hat, weil einfach irgendwas stuck war oder so. Das sind aber relativ kurze Phasen gewesen, da habe ich immer relativ schnell wieder geschaut, dass es wieder läuft. Das heißt, hier wurde permanent, über die ganzen Jahre, seit der Plutoniummüll jetzt im Spiel ist, Plutoniummüll produziert. Immer mal wieder, wie gesagt. Ein bisschen mal on, mal off, aber immer eigentlich wurde immer irgendwas produziert. Das heißt, ich habe jetzt natürlich keinen Überblick darüber, wie viel da jetzt ist. Das heißt, wir müssen da mal gucken, wie viel ist denn da jetzt eigentlich zusammengekommen. Das ist eigentlich für die 1.0 essentiell zu wissen, damit wir schon mal so ein bisschen vorplanen können. Ihr seht, das ist das entkernte Czerno-AKW. Hier waren ja Produktionsanlagen für normale Brennstäbe mal drin gewesen. Das habe ich ja hier alles rausgenommen, wegen U-Objekt-Limit auch unter anderem, damit nicht so viele U-Objekte hier verbraucht werden. Und überschüssige Plutoniumstäbe habe ich hier in diesem Schredder dann gegen Ende hin auch schreddern lassen, damit das hier nicht allzu schnell vollläuft. Weil wir hatten tatsächlich schon zu viele Plutoniumstäbe produziert für die Verbrennung in den AKWs hier in Czerno. Also auch da hatten wir ein bisschen übertrieben tatsächlich schon. Und da kam wieder Plutonium. Ihr habt das gesehen? Da, da, da. Da, 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 da ist er. Der gute Plutoniummüll. Früher hat man sich immer gedacht, oh Gott, Plutoniummüll, den kriege ich ja nicht weg. Und heute denkt man sich, ja, Plutoniummüll, ich brauche mehr, mehr, mehr Plutoniummüll. Gib mir mehr. Ich atme Plutoniummüll. Ich lebe Plutoniummüll. Ich brauche ihn. Ich brauche mehr davon. So genau, jetzt müssen wir mal zum Endlager mal tingeltangeln, weil da müssen wir jetzt wirklich uns mal einen Überblick verschaffen. Was ist da eigentlich jetzt am Start an Plutoniummüll? Das ist eine verdammt spannende Frage, ja. So, dann fahren wir mal mit dem Zug durch die Karte. Wer sich jetzt sagt, Mann, hier stehen ja lauter Pflanzen auf der Strecke. Ja, das ist tatsächlich hier im Roten Wald ein bisschen problematisch. Die tauchen gerne mal auch einfach wieder auf, selbst wenn man sie kurz vorher weggesprengt hat. Ist leider hier so ein bisschen das Problem. Ich habe auch da drüben den Wald eigentlich ganz gut dezimiert schon, aber das Problem ist halt, ja, das taucht halt alles immer wieder auf, das Zeug, wenn ich es einmal weggemacht habe. So, ich fahre jetzt mal tatsächlich manuell. Bin mal gespannt, ob ich jetzt einen Unfall produziere. Ich muss ja eigentlich nur schneller oder so nah wie möglich rankommen an mein Transportsystem, was ich ja benutze für meinen Personentransport. Und dann, also hier mein HyperTube-System, und dann können wir ja quasi umsteigen dann. Hat der wegen mir gehalten gerade? Ich glaube, der hat wegen mir gehalten gerade, der Zug. Aber so sehen wir auch mal wieder ein bisschen was von der Karte. Ja, wenn natürlich die blöde Kamera nicht immer so komisch ausrasten würde. Früher war das kein Problem. Da konnte man die Kamera einfach nach unten schwenken, und dann hat die sich nicht so komisch in der Decke verhaspelt, wenn die Decke sehr niedrig war. Ja, aber irgendwie in letzter Zeit ist das irgendwie komisch. Da macht die irgendwie so Faxen. Genau, warte mal, halt mal hier an. Hier ist... Oh... Ach, ist jetzt so real eigentlich. Bleib mal stehen und reiß mal ab. So. Denn von hier aus können wir zum HyperTube-Pub und dann einfach mal zum AKW rüber. Das ist ja da drüben. Ja, wobei... Wir können auch mal hier auf den Rochen springen eigentlich. Können wir mal uns mitnehmen lassen. Der will... Der fliegt ja da eh da hinten hin. Jetzt glaube ich wurscht, ob ich hier die Raygun jetzt nehme, oder die HyperTube, oder den Rochen. Oder die kleinen roten Sträucher, die sich auch nicht wegsprengen lassen. Ja, die kleinen roten Sträucher sind auch so ein bisschen so ein Punkt, genau. So, wir haben da hinten den Hub vom AKW, den Tube Hub. Da gehen wir mal rein und lassen uns mal unter die Map befördern. Ich habe hoffentlich genug Filter dabei. Mal gucken. Müssen wir mal schauen. Streicheln. Den habe ich jetzt vergessen. Stimmt, das kann man ja machen. Hätte ich mal machen sollen, ne? So, egal. Wow! Da war mal ein kleiner Rugellau mal wieder. Moment, ich habe es gleich. Ich habe es gleich. So, hier müsste gleich AKW Müllbahnhof Endlager, genau. Da müssen wir rein. Ins Endlager. Das Endendlager, meine lieben Freunde. Erstmal rein in die Dunkelheit hier, genau. Und dann lassen wir uns mal da Rheinbär fördern. Da ist der Eingang. Da geht es hinein. Hier ist der Endlager-Eingang. Das blickt mal gespannt. Wir prüfen dann jetzt gleich mal die Menge des Plutoniums. Und einer meinte auch, ja, dein Endlager wird nicht mehr funktionieren in der 1.0. Da meinte ich dann auch so, ja, wie denn? Wieso denn? Wie kommt er denn da drauf? Weil das Einzige, wie man das verhindern könnte, ups, das Einzige, wie man das ja verhindern könnte, wäre ja, indem man die Tuniszone anhebt unter der Karte. Und das ist ja nicht geplant. Also zumindest habe ich davon nichts gehört, dass es geplant ist. Insofern gehe ich mal schwer von aus. Wird hier alles beim Alten bleiben. Werden wir ja dann sehen, was passiert. Genau. So, dann schauen wir mal. Wir haben hier unten die Verarbeitung vom normalen Atommüll. Ja, da werden ja Plutoniumstäbe hergestellt, hier unten, die aber nur eingelagert werden. Das ist meine Versicherung gewesen quasi. Meine Versicherungsspareinlage, könnte man sagen, für die Zukunft nach einer 1.0. Nämlich dieses Lager mit Plutoniumstäben. Ist das eigentlich vollgelaufen hier unten? Ne, das arbeitet immer noch. Genau. Wird immer noch verarbeitet. Die Dinger da, diese Zellen, die Plutoniumzellen hier, werden auch immer noch verarbeitet. Die Strahlung ist hier natürlich massiv, weil wir hier natürlich eine riesige Menge an Plutoniumstäben auf kleinen Raum haben. Aber es sieht sehr cool aus, wie die leuchten, muss ich mal sagen. Ja, will man auf jeden Fall im Kopf nicht reinstecken? Sollten wir in der 1.0 aufgrund der Tatsache, dass sehr, sehr viele Teilchenbeschleuniger verwendet werden müssen, eine große Menge an Energie benötigen, in kurzer Zeit, dann können wir dieses, diesen riesigen Vorrat, das ist ein riesiger Vorrat, das sind tausende Stäbe wahrscheinlich, die können wir dann in mehreren AKWs, die wir auch direkt hier unten aufbauen können, direkt freisetzen. Ja, also das Gute daran ist, es würden dabei immer noch mehr Mengen an Plutoniummüll anfallen, die wir dann wieder für diese Schadproduktion und die Teilchenbeschleuniger für die, ähm, für die Quantentechnik verwenden können. Also das heißt, das ist im Grunde meine Lebensversicherung schon von Anfang an gewesen für die 1.0 und da bin ich sehr stolz, dass ich das schon ein bisschen antizipiert habe, auch in einer Zeit, wo mir viele gesagt haben, ah, schredder doch deine Plutoniumstäbe, dann bist du los, dann hast du keinen Plutoniummüll, dann brauchst du das ja alles nicht, bei mir habe ich alles geschreddert und die Plutonium, das Plutoniummüll, was ich bekomme, habe ich weglitschen lassen, damit ich gar nichts mehr habe auf meiner Karte. Naja, jetzt braucht man es halt, ja, also man braucht möglicherweise sehr viel Energie in kurzer Zeit zusätzlich durch die ganzen Teilchenbeschleuniger, weil die werden nicht mit 5 Megawatt laufen und man braucht den Plutoniummüll zusätzlich noch, weil man sonst die Produkte nicht bekommt. Das heißt, wir haben hier, meine lieben Freunde, seht euch das an, das ist mal hier, das ist mal hier eine richtige Versicherungseinlage, guckt es euch an. Und das ist hier schön in Bewegung alles, ja, das ist richtig nice. Ein bisschen kleiner Anteil davon ist glaube ich noch normaler Atommüll, der da drin ist, da muss man ein bisschen aufpassen, das hatte ich am Anfang noch gemischt eingelagert. Ja, hier genau, da sind noch ein paar so gemischte Dinge mit dabei, aber gut, das ist ja im Endeffekt jetzt auch nicht so wild. Man könnte natürlich jetzt sich die Mühe machen, also entweder macht man hier eine kleine Umleitung, wo man dann einen Splitter dran macht, dass der normale Atommüll halt abgefiltert wird. Ist das hier eigentlich ein Intelligenter? Ah, das ist ein Intelligenter. Ist das nicht sogar schon so eingestellt? Ah, ne, Uranabfall, doch, Uranabfall ist doch der normale, oder? Alles Unbestimmte geht in den rechten Ausgang. Ah, ja, ich verstehe, warum das so ist. ja, 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 weil immer der oberen Deck wird irgendwie immer hier durchgewechselt, oder der hintere wird immer durchgewechselt. Man müsste das hier nach oben schieben, glaube ich, dann wird das auch, glaube ich, warte mal, ist das so? Ja, genau, jetzt ist das so. Jetzt wird das, ja, jetzt wird nämlich die Umleitung, die hier schon existiert, die wird jetzt tatsächlich auch genutzt und so kriegen wir jetzt den normalen Atommüll hier noch raus und dann haben wir hier wirklich nur den Plutoniummüll drin. Das ist sehr gut tatsächlich. Da bleibt jetzt natürlich hier das Karussell stehen, weil der jetzt natürlich nicht durchrutschen kann, aber, ja, das ist gut, dass das passiert, tatsächlich. Das wird jetzt in das System reingegeben, in das Atommüllrecycling-System und wird zu Plutoniumstäben auch verarbeitet jetzt. Ich weiß gar nicht mehr genau, an welcher Stelle hier der Übergang war. Das war hier vorne irgendwo, ne? Genau, das bremst jetzt natürlich den Atommüll, der vom AKW kommt, ein bisschen aus, aber dadurch, dass wir das wirklich so gut gemacht haben, dass vom AKW so gut wie gar nichts mehr kommt eigentlich. Normaler Atommüll von meinem normalen AKW kommt so gut wie gar nicht mehr gerade. Das Band ist nämlich hier leer. Das war das Band, was manchmal aber vollgelaufen ist, wenn die Verarbeitung gehangen hat. Genau, da können wir jetzt die Kapazität nutzen für den Restatommüll, der da jetzt noch in den Plutoniumbehältern drin war. Hervorragend. Ach, das ist so gut. Das läuft alles ineinander, meine lieben Freunde. Das greift wie ein Uhrwerk ineinander. Und das Schöne ist, das sind Dinge, die ich schon seit Jahren im Kopf habe, wo ich mir schon denke, ja, das wird bestimmt irgendwann mal wichtig sein, dass ich das so gemacht habe. Und jetzt kommt es. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich die Früchte dieser Vorbereitung ernten können werde. Der absolute Wahnsinn. Das ist mal langfristiges Denken, meine lieben Freunde. Aber sowas schon. Mir wird gerade gefragt, wie bin ich unter die Map gekommen und geht das immer noch so, wie ich es früher gemacht habe. Unter die Map kommt man tatsächlich an verschiedenen Stellen. Da muss man jetzt ein bisschen ausholen. Es ist möglich, dass bestimmte Löcher, die sich aktuell noch in der Karte befinden, wo man einfach durch die Geometrie durchlaufen kann, dass die gestopft werden in der 1.0. Das kann ich nicht vorhersagen. Also ich kann nicht sagen, ob der Zugang, den ich benutzt habe unter die Karte, ob der noch offen sein wird. Man braucht aber, und das ist ganz wichtig, man braucht keine Löcher in der Karte, um unter die Karte zu kommen. Es reicht völlig aus, wenn man sich eine Kurve baut, also eine Bahnstrecke halt, musst du halt so bauen, dass da eine Kurve ist und die Kurve muss in den Berg rein. Dann fährst du mit dem Zug durch den Felsen, weil der Zug hat keine Kollision mit dem Felsen und steigst aus, also in dem Felsen steigst du dann aus und dann bist du in dem Felsen drin. Du kommst dann unter die Karte von dem Punkt aus. Musst halt ein bisschen aufpassen, wenn du da dann aussteigst, fällst du natürlich dann runter, weil da ist ja kein Boden. Das heißt, du musst dann vielleicht schon so ein bisschen eine Foundation-Platte in den Felsen schon vorher reinbauen, damit du da an der Stelle dann stehen kannst, wenn du da aussteigst. Und von da aus kannst du dir dann irgendwo hinbauen, wo du dann halt hin willst, je nachdem, wo du halt hin willst und der Karte. Du musst halt bedenken, irgendwo ist dann halt Todeszone. Ich habe die Karte, die Location hier unter der Karte habe ich so gebaut, dass wenn ich hier am tiefsten Punkt noch einen Schritt nach unten machen würde, dann wäre ich in der Todeszone. Das heißt, wir sind quasi genau an der Grenze zur Todeszone hier unten. Also hier an der Stelle. Hier drunter, wenn man jetzt hier frei löschen würde und man würde hier nur einen Schritt nach unten machen, ist man direkt in der Todeszone und kriegt Schaden. Das heißt, wenn die jetzt die Todeszone nur einen Meter anheben würden oder zwei, dann habe ich ein Problem natürlich, aber das werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil es gibt keinen Grund dazu, die Todeszone anzuheben und es wurde auch nie gesagt, dass die Todeszone angehoben wird. Sollte das natürlich passieren, habe ich natürlich ein Problem, weil dann komme ich natürlich an den Atommüll nicht mehr ran, an den Plutoniummüll beziehungsweise ich käme noch ran, ich müsste von einem höheren Level dann halt drauf zugreifen, also von weiter oben. Aber ja, prinzipiell geht das alles noch. Das ist, glaube ich, kein großes Thema. Also ich hoffe, dass es kein großes Thema wird, wie gesagt, aber einige meinten ja schon, und ja, das wird auf jeden Fall alles nicht mehr funktionieren. Ja, ist immer interessant, wenn manche Leute mehr Infos haben als Coffee Stain selber. Das ist immer sehr interessant, ja. Ne, auf jeden Fall verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf, dass meine Anlage weiterhin auch funktionieren wird, dass ich den Plutoniummüll und die Plutoniumstäbe, die ich hier eingelagert habe, dass ich die abrufen können werde. Und ja, da werden wir mal schauen, was da dann bei rumkommt. Auf jeden Fall, ich überlege gerade, ob ich vielleicht schon AKWs hier unten aufstellen sollte. Neue AKWs, mit denen ich dann schnell mal den Output steigern kann von Plutoniummüll. Das wäre vielleicht noch eine Idee, dass man das vielleicht noch macht. Was ich hier unten auch mal bräuchte, wären eigentlich mal Notfallcontainer mit neuen Filtern, weil die verbrauchen sich hier unten teilweise so schnell. Also gerade, wenn man bei dem Plutoniumkram steht, da rasseln die Filter einfach nur so nach unten. Ich hatte 90, glaube ich, dabei am Anfang. Jetzt bin ich schon bei 66. Das ist echt heftig. Jetzt rödelt er wieder durch. Ich glaube, der normale Müll ist schon raus jetzt aus dem System. Müssen wir mal gucken, sind hier noch andere Behälter mit normalem Atombüll oder war das jetzt hier nur der eine hier vorne? Ah, der hier ist auch noch betroffen. Okay, warte, dann macht man das auch mal so hier. Genau, dann kann das nämlich hier noch durch und da kommt er wieder raus. Ja, ein paar sind halt, wie gesagt, noch normaler Atombüll. Muss man ein bisschen gucken. Aber das kann man ja, wie gesagt, das kann man ja dann filtern. Das ist ja nicht das Problem. Müssen wir halt dann gucken. Wie sieht es denn hier aus? Bei dem, das ist hier die Drohnenstation, die das bringt, aber da ist noch nichts voll gelaufen. Also, hier kommt nur Plutoniummüll an. Müsste auch eigentlich so, genau, links Uranabfall, rechts alles Unbestimmte, genau. Das ist in dem Fall dann Plutoniummüll. Bei all der Strahlung dort wäre eine nette Idee, wenn es isolierte Förderbänder hohe geben würde, mit denen man im späteren Level, die man erforschen kann. Ja, dass halt so die Strahlung abgeblockt wird irgendwie, das wäre natürlich schon mal eine geile Sache auch. Ich hatte mal gehofft, dass das Teil einer Mod war, die auch so ein bisschen dieses ganze Atommüllverarbeitungsding erweitert hatte. Da gab es einen Bestandteil, der sich irgendwie nannte, ich weiß gar nicht mehr, Strahlenabsperrung oder so. Aber das war nichts anderes als ein Warnschild, das du aufstellen konntest irgendwie. Also du konntest dann irgendwie so ein Warnschild oder so ein Warnzaun aufstellen, wo dann einfach ein Strahlungs-Schild, Strahlungs-Warnschild dran war. Mehr war das nicht. Also das war keine Wand, die dir die Strahlung abgeschirmt hat. Das war einfach nur so eine Warnwand. Irgendwie. Keine Ahnung. Also das war jetzt nicht besonders spektakulär. Ich weiß nicht, ob das technisch geht. Keine Ahnung. Ah ja, hier haben wir wieder jetzt das Problem. Das muss natürlich jetzt wieder eher so sein. Genau. Ja, muss man immer ein bisschen, ne, immer wenn der hier halt, der Steck hier, wenn der halt leer ist, dann kommt ja da tendenziell dann eher Plutonium rein. Das heißt, ich müsste jetzt im nächsten hingehen wahrscheinlich und sagen schieb das mal lieber wieder dahin. Genau. Damit jetzt von hier auch wieder das durchrutscht. Und hier dann genauso. Und das müsste ich dann eher hier oben in die Ecke schieben. Ich muss mein, mein Plutonium-Lager muss ich sortieren hier. Sehr unglaublich. So. Hier rutscht gar nichts durch gerade. Ist auch interessant. Jetzt ist es stehen geblieben hier. Achso, ja, kann ja nicht. Genau, kann ja nicht. Weil hier läuft ja erstmal jetzt das leer. Genau. Ja. So muss man das jetzt halt mal ein bisschen drauf achten. Aber ganz schön viel normaler Atommüll noch drin, muss ich sagen. Habe ich jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt. Es ist einiges an Plutonium-Müll, aber es ist nicht so viel, wie ich gedacht habe. Also ich hätte gedacht, es wäre mehr. Aber da hat auch schon jemand gesagt, Plutonium-Müll entsteht nicht in so einer hohen Rate wie Atommüll. Das entsteht in einer deutlich geringen Rate. Ein Zehntel oder so von dem normalen Atommüll irgendwie. vom Anteil her irgendwie, keine Ahnung. auf jeden Fall nicht so schnell halt. Meine Filter gehen gen Süden. 49 habe ich noch. Solange ich keinen Atom- oder Plutonium-Müll ins Inventar bekomme, ist alles gut. Da kann ich mal weglaufen. Wenn ich den ins Inventar bekomme, habe ich dann aber ein Problem. Filter für das Endlager hattest du dir für später gemerkt. Ja, das stimmt. Das habe ich mir alles für später gemerkt. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier auch schon mal ein bisschen mehr Platz. Ich bin auch gerade am überlegen, wir müssten eigentlich in Czerno das machen, dass wir da noch mehr Reaktoren aufstellen, die noch mehr, weil da haben wir nämlich schon eine Lieferinfrastruktur für das Plutonium-Zeugs. Da müssten wir mehr Anlagen hinstellen, die das Verstromen des Plutonium und dann den Müll halt hierher liefern. Weil wir haben ja da eine Überproduktion an Plutonium-Stäben, die ja geschreddert wird, was ja eigentlich sinnlos ist. Das können wir ja direkt zu Plutonium-Müll machen. Das heißt, das müssen wir mal machen. Wir müssen nochmal zurück nach Czerno und das mal machen. 0,1 pro Minute an Müll und die Plutonium-Stäbe werden auch nur halb so schnell verbraucht wie Uran-Stäbe. Ja genau, die sind halt energiehaltiger, dadurch werden die langsamer verbrannt. Genau. Ja, das muss man alles berücksichtigen dann. Vor allem auch, wenn man jetzt noch gar nicht angefangen hat, irgendwelchen Plutonium-Müll zu produzieren. Das dauert, bis das Zeug am Start ist. Dann lasst uns mal zurückkehren zu Czerno. Also eine Sache fällt jetzt durchaus auf, dass hier unter der Karte die Anlage, wenn man sich hier durchbewegt, durchaus etwas unperformanter ist. Also durch die ganzen vielen Wände und Foundations hier unten. Man kann hier bestimmt durchaus, wenn man jetzt hier Entitäten einsparen würde, also hier gibt es bestimmt auch noch Einsparpotenzial, sagen wir es so, an Entitäten, die man loswerden könnte. Man merkt es an der Performance definitiv. Aber ich glaube, hier unten zu löschen, dann lasse ich hier lieber alles so, wie es ist, weil wenn man da ein Loch reinlöscht irgendwo und dann fällt man rein, das ist halt unpraktisch. wäre nicht so schlau. Ja, Filter aufstocken, ja auch das, wobei in Czerno ist jetzt nicht so eine krasse Strahlung, da verbrauche ich die Filter jetzt nicht so schnell. Also so, was ein bisschen nervig hier ist, ist die Tatsache, dass die Tube leider hier ein bisschen langsam ist. Aber das habe ich noch nicht ändern können, die ist halt nun mal jetzt nicht die schnellste. Dafür kommen wir direkt zum Hub und können mit dem Hub dann uns nochmal neu orientieren zur Railgun und die schickt uns dann direkt nach Czerno. Was noch fehlt da unten unter der Karte ist definitiv noch ein HyperTube Hub. Das müssen wir unbedingt mal noch machen. Also da unten auf jeden Fall, auch damit man von da aus noch zu anderen Stellen an der Oberfläche kommt. Momentan kommt man halt nur hier hin. Und das ist insofern praktisch, weil hier halt direkt unser AKW ist, was halt den meisten Strom produziert und auch die meisten Brennstäbe verbraucht und so. Aber man kommt halt zum Beispiel nicht nach Czerno. Da muss man halt diesen Umweg über die Railgun nehmen, weil da noch keine HyperTube hingelegt ist. Beziehungsweise ich könnte auch in den Roten Wald, aber da müssen wir dann noch ein ganzes Stück laufen, beziehungsweise Jetpack nehmen. Das ist noch so ein bisschen noch so ein Problem. Wir brauchen noch mehr HyperTube Strecken. Auch ein Grund, warum ich jetzt keine neuen Gebäude mehr so in dem Maß platziere gerade, weil wenn ich Entitäten verbrauche, brauche ich die Entitäten für die HyperTube Zugänge. Einen kleinen Crash später, meine lieben Freunde. Ja, es crasht tatsächlich noch. Gehen wir jetzt nochmal schnell ins Gigalager rein. Werden wir jetzt mal hier schnell mal ein paar Filter noch rausholen, denn die hatte ich jetzt nämlich fast vergessen tatsächlich. Die sind glaube ich hier drin, genau. Mal noch ein paar Filter, weil wir werden ja jetzt durchaus häufiger auch mal in eine strahlende Gegend gehen. Und da strahlt nicht nur der Spielbär, da strahlt auch die ganze Umgebung, genau. Und dann gehen wir wieder hier rein und dann gehen wir zur Railgun und lassen uns mal nach Cerno schießen. Meine Anlagen produzieren ja jetzt schon seit Plutoniummüll im Endeffekt. Drin ist im Spiel Plutoniummüll. Das heißt, das läuft mit, wie gesagt, kleineren Unterbrechungen mehr oder weniger durch. Und in den vielen Jahren sind die Container, die da aufgestellt sind, nicht voller Plutoniummüll. Da ist immer noch normaler Atommüll drin gewesen, zu einem nicht unerheblichen Teil. Ihr habt es ja gerade gesehen, ich bin es ja gerade durchgegangen. Genau, so jetzt sind wir in Cerno und jetzt wollen wir mal gucken, können wir da jetzt nochmal Reaktoren aufbauen? Das wird jetzt die spannende Frage sein. Damals habe ich sogar die Fenster noch mit Förderwandeingängen gebaut. Das ist auch lustig. Oh, warte, ich muss Licht anmachen. So, also Platz ist hier auf jeden Fall genug für weitere Reaktoren. Die Frage ist, will ich die eigentlich hier so tief bauen? Warum habe ich die eigentlich so tief platziert? Weil ich das wegen dem Wasser gemacht habe. Das kommt nämlich genau von hier hinten. Genau, damit ich immer schnell Wasser abgreifen kann, ohne dass ich Pumpen brauche. So war das, so war das. Aber ein bisschen höher könnte man sie schon aufbauen, dass sie nicht ganz so auf dem Pflanzen Ebene sind hier irgendwie. Wäre schon irgendwie ganz praktisch. Genau, so das wäre, idealerweise brauchen wir den Schredder am Ende nicht mehr. Das wäre eigentlich das Beste. So, wir können uns tatsächlich ein AKW noch hinstellen, ansonsten fehlen mir die schweren Rahmen. Wir können ja, wir haben ja jetzt im Endeffekt hier vorne schon die entsprechenden Anlagen. Wir können das ja hier gegenüber mal stellen. Muss ich mal gucken, warte mal, wie ist denn da die Verteilung eigentlich? Ah, da ist der, ja, okay, verstehe, verstehe, ja, ja. Warum sind denn da eigentlich zwei Rohre? Achso, wegen der Menge, die da abgegriffen wird, ne? Aber eins wird hier geteilt, oder? Ah, nee, eins kommt einfach nur von der anderen Seite, okay. Ja. Das ist natürlich sehr, also ich bin mit der Aufstellung hier irgendwie nicht so ganz zufrieden, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das liegt auch teilweise hier an diesen komischen Pflanzen, die man nicht wegbekommt. Da musste ich schon damals immer ganz schön improvisieren und quetschen. Wir müssen mal ganz kurz mal hier diese Pflanzen mal wegmachen. Dass ich hier mal besser sehe, wo hier eigentlich genau Boden ist. Das ist teilweise hier echt ein Gestrüpp, ey, da siehst du ja gar nichts. Da siehst du ja gar nichts hier unten, ey, das ist ja ganz schlimm. Alles mal wegmachen hier. Alles entfernen. Weg mit dem ganzen Pflanzenzeug, da hinten auch noch. Muss alles weg hier. Und zünden. Genau. Hervorragend. Ja, jetzt sieht man hier auch ein bisschen mehr genau. Also dieser Boden hier, der kann glaube ich weg. Der war glaube ich nur zur Orientierung. Muss mal gucken, wie es hier hinten ist. Hier waren Produktionsanlagen drin, die habe ich alle rausgenommen. Das weiß ich noch. Hier drüben war einfach nur so eine Zwischenwand, die man theoretisch eigentlich gar nicht braucht so unbedingt. Ich weiß gar nicht mehr, warum die drin war. Ich wollte auch den Innenraum an einem bestimmten Punkt auch so ein bisschen nachbauen, kann ich mich erinnern. Aber das war einfach dann zu aufwendig geworden. Das heißt, man müsste eigentlich diese ganzen Platten und diese Zwischenwände, die hier drin sind, am besten rausnehmen. Würde ich sagen. Sowas hier, was einfach nur so überhängt, aber eigentlich keinen richtigen Nutzen für die Außenfassade hat. Das müsste man eigentlich auch wegmachen. Das geht ein bisschen da noch nach oben. Ja, das müsste man eigentlich alles wegmachen, alles entfernen. Mal jetzt kurz gucken, ob man da irgendwas Kritisches entfernt. Nee, guck mal, siehst du, da oben ist direkt die Decke. Nee, da braucht man da gar nicht aufpassen, genau. Das heißt, auch das hier kann weg, weil dann haben wir nämlich hier noch ein bisschen Platz davor noch für weitere AKWs. Da müssen wir jetzt nicht groß rumgeizen hier. Restaurationsobjekt Tschernobyl, ja so ähnlich. Restauration oder Entkernungsprojekt. Ist eigentlich eine Entkernung, die wir machen müssen. Im Kernkraftwerk entkernen, das kann ja was werden. Und da ist der Autosave durch. Der Autosave ist wichtig, der Autosave ist fein. Der Autosave schreibt die Daten in den Spielstand rein. Ha, der ist nämlich, der ist der Lebensretter in der Not. Sonst führt der Spielcrash zum sicheren Tod. Genau. Das ist genau das, was hier passiert, meine lieben Freunde. So, diese Plattformen können raus, genau diese Zwischenwände können raus. Sind alles Entitäten, die nicht dargestellt werden müssen, zumindest jetzt noch. Aber wie gesagt, Wände und Foundations werden in der 1.0 mit einem anderen System gerendert werden und damit nicht mehr auf den Entitäten, auf den U-Objekt-Count gerechnet. ist wohl das, was auch eine Besonderheit ist auf technischer Seite, der 1.0. Genau. Habe ich auch schon in meinen Videos in den letzten Tagen und Wochen Bezug drauf genommen und auch schon entsprechende Clips zitiert, wo Snud, also Coffee Stain, das mehr oder weniger schon offiziell in ihren QA-Streams mitgeteilt hat, verlautbart hat, dass das so sein wird. Genau. Wobei die Erklärung immer so ein bisschen lustig ist. Also Snud und so, das sind ja jetzt auch keine Entwickler, die versuchen das dann immer in ihren Worten immer auch so zu erklären und das ist immer sehr lustig. Man merkt schon, dass es denen immer nicht so ganz so leicht fällt manchmal, diese ganzen technischen Dinge zu erklären. Aber da war halt eben wie gesagt die Aussage, und da wurde auch noch in dem Nebensatz erwähnt, dass das auch noch andere unbewegliche platzierbare Objekte betrifft. Also das ist nicht nur Foundations oder so, es könnten auch Wände sein. Es wurden aber nicht explizit bestimmte Dinge ausgeklammert, außer Foundations halt. Deswegen ist es jetzt nicht ganz klar, was da jetzt noch mit drunter fällt an. Weil es gibt ja sehr, sehr viele unbewegliche Objekte im Spiel, die man halt bauen kann. Insofern, es sind ja nicht nur die Foundations, es sind ja noch andere Sachen. Also ja, muss man mal gucken, was da jetzt dann noch genau drunter fällt. So, wir haben jetzt hier haufenweise Stromkabel auch noch. Das ist jetzt noch das andere. Die sind alle kreuz und quer, stehen die hier noch rum. Die habe ich nämlich noch nicht weggemacht. Einige davon connecten ja durchaus die AKWs. So, jetzt ist aber die Frage, haben wir hier irgendwo eine Hauptleitung, die irgendetwas anderes verbindet mit den AKWs? Das ist eigentlich so die andere Frage. Und wo haben wir eigentlich hier eine Hauptleitung nach Czerno selber gehabt? Kannst du das nehmen? Nee, kann sie nicht nehmen. Okay, warte. Muss mal was löschen hier. Gibt zu viel Zeug durchs Löschen wiederbekommen. Nimm das mal. Genau, auch diese Sachen hebe ich jetzt mal auf, wie gesagt, vom Boden, dass die nicht rumliegen. Denn auch das könnten durchaus Entitäten sein, Urobjekte, die einfach nur den Count voll machen, aber eigentlich keinen Nutzen haben. So, ich würde gerne da nochmal ein AKW jetzt hinstellen. Machen wir jetzt einfach mal. Lange Rede, kurzer Sinn. Muss nur schauen, dass ich die Anschlüsse, dass ich die so ein bisschen gegenüber platziere einfach. Drück mal H. Ich muss mal ganz kurz gucken. Wo ist hier der Splitter für die Brennstäbe? Der ist hier. Warte. Geh mal hoch. Ich muss das mal von oben sehen. Hier, genau. Move das mal. Ja, genau. Da ist er genau gegenüber. Ja, und dann braucht das Ding ja seine eigene Wasserversorgung. Also jedes AKW braucht ja seine eigene Wasserleitung, um gekühlt zu werden. Das heißt, die eine ist ja hier unten, die andere könnte man dann nach oben legen. So ein bisschen. Würde ich sagen. Ich überlege gerade. Vielleicht. Wie hoch ist denn das hier? Warte mal. Okay. Das geht hier so ein bisschen schon sehr nah an die Decke ran. Und hier unten, also hier oben drüber, ist glaube ich dann auch Ende mit AKW. Das heißt, naja, ist ein bisschen wenig Platz. Hier drüben wäre eigentlich noch besser. Also insgesamt würde ich die vielleicht wirklich nochmal ein bisschen höher bauen. Dass ich die vielleicht nacheinander einfach abreiße und einfach nochmal eine Ebene nach oben ziehe. Einfach vielleicht auf die Höhe. Weil die Höhe ist mir ein bisschen zu tief und man kann da auch irgendwie schlecht anordnen. Das Problem ist halt, da braucht man eine Pumpe für das Wasser. Aber ja gut, so ist es halt. Das Problem mit den Wasserpumpen ist halt immer, wenn da Strom ausfällt, fallen die Wasserpumpen aus. Und damit wird es tendenziell schwierig, die AKWs wieder neu zu starten, wenn die, wenn das auf Energie halt angewiesen ist und so. Da müssen wir halt ein bisschen gucken. Das könnte man aber mit einem Puffer vielleicht abfedern noch. Müssen wir auch mal schauen, dass wir vielleicht einen Wasserpuffer noch davor stellen. Ich stelle das jetzt einfach mal dahin. Wie sieht das aus? Na toll, die Stromleitungen, die verschwinden da drin. Ich glaube, ich muss hier erst mal aufräumen hier drin, bevor ich hier irgendwas wirklich machen kann. Weil das ist teilweise hier echt... Das war noch aus der Zeit, wo ich den Boden einfach zu knapp über dem normalen Map-Boden gebaut habe und keinen Spielraum gelassen habe, so richtig. Einen kleinen Schnitt später, meine lieben Freunde, präsentiere ich euch das neue, umgebaute Czerno-AKW. Der absolute Wahnsinn. Das habe ich jetzt einfach mal Offscreen erledigt, weil das für die Episode einfach... Ja, das wäre einfach viel zu lang gewesen. Ich habe nicht nur die Reaktoren im Inneren umplatziert, sondern ich habe dem ganzen Ding gleich das komplette Facelift verpasst. Der absolute Wahnsinn. Ich habe die Fassade zugebaut, umgebaut, fertig gebaut. Es ist jetzt nicht mehr offen, das Gebäude. Das war ja vorher hinten noch offen. Konntet ihr im Video gerade noch sehen. Ich habe den vorderen Bereich umgebaut. Wir haben jetzt hier Wasserbecken und eine vernünftige Straßenführung auch so ein bisschen direkt. Ich habe die Texturen ausgetauscht. Das sind jetzt hier die Asphaltmaterialien hier vorne, direkt vom AKW. Scheiben sind jetzt auch drin. Das heißt, da kommt jetzt sogar in einem gewissen Maß zumindest natürliches Licht ins Innere. Der absolute Wahnsinn. Ich habe natürlich mich bemüht, den Look von den Scheiben möglichst originalgetreu darzustellen. Da gibt es halt so einen etwas schmaleren Streifen. Da wird es dann zwischendurch auch mal ein bisschen größer, die Fensterwand, die Fensterfront und dann wird sie wieder schmaler und so was alles und das über die gesamte Länge der Fassade. Das habe ich halt mal versucht umzusetzen. Ich habe dem Ganzen jetzt auch neue Objekte verpasst. Also es gibt ja im Original durchaus an der Fassade auch Aufgänge in Form von Treppen. Das habe ich hier auch mal versucht aufzubauen entsprechend. Ja, dass man halt auch aufs Dach kommt tatsächlich. Treppenhäuser habe ich auch eingebaut jetzt. Das sieht man hier so ein bisschen da hinter der Scheibe sieht man das. Ja, da kann man jetzt hier easy going hochlaufen. Lampen habe ich im Inneren auch platziert. Es war ja wahnsinnig dunkel gerade eben noch da drin, nicht wahr? Wir haben jetzt eigentlich in fast jedem Raum entsprechend auch eine Beleuchtung. Auch so ein bisschen versucht, unterschiedliche Beleuchtungsarten zu installieren. Ja, dass es halt immer so ein bisschen anders aussieht in jedem Raum. Dass nicht jeder Raum gleich aussieht auch. Und ich habe die Reaktorhalle aufgebaut. Ihr seht, da gibt es jetzt einen weiteren Reaktor. Da gehen wir jetzt gleich noch rein. Da sind jetzt insgesamt fünf Reaktoren am Start. Und diese fünf Reaktoren verbrauchen auch so ziemlich exakt das, was wir an Plutonium-Brennstoff auch produzieren tatsächlich. Das heißt, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Jetzt muss ich mal gucken. Hier kam ich rein, oder? Ja, ja, genau. Hier kam ich rein. Diese Reaktoren verbrauchen das, was wir an Plutonium herstellen pro Minute. Und das ist ziemlich cool, weil so im Grunde eigentlich nichts verschwendet wird. Wir kriegen auch eine schöne Menge an Plutonium-Müll dadurch, dass wir das hier laufen lassen. Und das ist ja wie gesagt das, um was es jetzt in der 1.0 unter anderem geht. Man kann ja dann jetzt diese neuen Brennstäbe herstellen, die von Snud schon in seinem Infovideo angekündigt wurden, aus dem Plutonium-Müll und das ist natürlich eine ganz feine Sache. Man kann dann mit den neuen Brennstäben, die man dann aus dem Plutonium-Müll herstellen kann, den Plutonium-Müll im Grunde rückstandsfrei verbrennen. Das heißt, es bleibt dann am Ende der Atomverarbeitungskette kein Atommüll zurück. Es bleibt nichts ungenutzt, es wird alles verwendet für die Energieproduktion. und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, ja. Wobei, es sieht im Video so ein bisschen so aus, als wenn dieser neue Brennstab ziemlich stark strahlen würde. Also dieser Strahlungseffekt auf dem Sichtfeld, ja, der ist nochmal irgendwie ein bisschen krasser, wenn er da direkt davor steht. Insofern kann es durchaus sein, dass man vielleicht diese Art von Reaktor lieber eher im Endlager platzieren sollte und diese Art von Verarbeitung als jetzt irgendwo vielleicht einfach neben eine wichtige Fabrik zu stellen, weil dann kann es sein, dass man sehr schnell vielleicht seine Filter verbraucht oder so. Ich weiß es nicht genau. Es sieht auf jeden Fall irgendwie im Video so ein bisschen danach aus. Ich kann es nicht ganz beweisen, dass es so ist. Ja, ist jetzt eine Vermutung von mir, aber wäre natürlich noch so ein interessanter Kniff, dass das halt einfach wahnsinnig stark strahlt. Genau, kurz mal zurück zum Design von Cerno. Ich habe hier jetzt mal auch ein bisschen mit dem Licht experimentiert. Ich wollte eine Beleuchtung haben, die mehr so ein bisschen von unten kommt, hier in der Reaktorhalle. Deswegen habe ich hier mal so diese Becken aufgebaut mit den entsprechenden großen Werbetafeln, die grünes Licht abstrahlen. Bisschen so, wie ich es in meinem Mega-AKW schon gemacht habe, nur halt nicht an der Decke, sondern eben hier in diesen Becken entsprechend untergebracht, damit das einfach schön die Reaktoren von unten beleuchtet. Das sorgt letztendlich für ein sehr stimmungsvolles Licht, vor allem wenn man jetzt hier so auf die Reaktoren schaut. Und wir haben hier theoretisch sogar auch noch Platz für einen weiteren Reaktor. Ich habe hier noch ein bisschen Platz gelassen durchaus. Und ja, hier hinten wird es dann schwierig, weil hier ist dann der Boden von der Karte. Ich habe den Boden hier drin jetzt so aufgebaut, dass der möglichst komplett über dem Erdboden halt ist. Ja, dass das nicht so ineinander übergeht. Habe ich ja im Video gerade schon erwähnt, dass das ein bisschen blöd gebaut war damals, dass ich das zu tief alles gebaut habe. Hier habe ich jetzt eine Wand durchgezogen, eine Foundation Wand, damit das den Map-Boden quasi dann auch abtrennt. Hier unten haben wir jetzt eigentlich nur noch so ein bisschen so ein kleines Loch, da habe ich jetzt noch nicht alles zugemacht. Ich habe die alten Foundations rausgenommen komplett. Das ist glaube ich eher auch eine gute Sache, weil die alten Foundations verbrauchen glaube ich immer noch ein bisschen mehr U-Objekte als die in Anführungsstrichen neueren. Dann habe ich hier die Wasserverteilung entsprechend noch aufgebaut, die ja auch wichtig ist, die Kühlwasserverteilung für die AKWs, damit die entsprechend auch Kühlwasser bekommen. Das Kühlwasser kommt von hier hinten, da können wir auch gleich nochmal gucken. Das war ja so aufgebaut, schon habe ich jetzt noch ein paar Anlagen mit dazu gestellt, damit da noch ein weiteres AKW betrieben werden kann. Und das ist eigentlich ja mehr oder weniger es ist jetzt nicht mehr offen das AKW hier war ja dieses Gebäude war ja halb offen eigentlich war ja nur bis zur Hälfte gebaut war nur bis hierhin gebaut und ja diese Brücke habe ich genau genau aber im Grunde ist es das ja ich habe mein Cerno AKW hergerichtet nochmal ein bisschen für die 1.0 damit es ein bisschen vorzeigbarer ist damit es vernünftige Fenster hat nicht nur diese blöden Förderband Öffnung die ich damals benutzt habe ja um Fenster nur anzudeuten sondern dass es halt auch wirklich ein richtiges Fassadendesign hat und das ist ja auch eine schöne Sache nicht wahr wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt Satisfactory auch zu spielen ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielware mit AE kaufen das wird für euch dann nicht teurer aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis den Epic zahlt den müsst ihr nicht bezahlen für euch wird es nicht teurer ihr könnt mich damit unterstützen ohne spenden zu müssen oder sonst was einfach nur indem ihr Spiele kauft und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen das müsst ihr nicht mit Satisfactory machen wenn ihr das habt 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 Vielen Dank.